auf dem handy schon wieder alles aktualisiert werden muss ja also nebenbei noch was anderes macht da werden wiege gebaut ich gehe kaputt und die werden häuser gebaut ist es ja der wahnsinn und wir haben 800 es 822 nur fisch und das ist das gute das ist ein sehr kurzer weg und die erste hütte ist auch gleich wieder fertig wir können ja mal drehen wie sieht es von hier aus sieht eigentlich gar nicht mal so hässlich aus das städtchen natürlich ein dörflein irgendwann wird es mal zu nach stadt naja wir haben kein game wir haben keine zeit hier kommt sammeln mir pilze ich brauche pilze ich hoffe er findet noch platz hier irgendwo pilze zusammen aber irgendwo findet er immer welche oder fisch hat wieder abgenommen und unsere steine sind wieder low 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 aber ich habe da was gesehen und zwar das nimmt das mal mit und das ist ein haus und 14 und 13 naja da passt das alter ja mal und 13 14 schon alleine im haus wohnen muss ich weiß es nicht aber kann man ja mal machen ja das ist dauert noch das dauert auch noch schön schafft er überhaupt auch locks ran wie sieht das aus hier sieht schlecht aus ja man muss hier echt auf jeden scheiß achten nimm mal da ein paar bäume mit da liegen sogar locks auf der straße das ist delma delma ist ein bahn er ist fischer und 25 und dem geht es fast gut wahrscheinlich hat der kopf schmerzen ach die brauchen das iron für ihre tools ok iron tools haben die dabei müsste ich auch mal machen ja langsam sieht es knapp der reserve of stone is low nein geht mal arbeiten schafft mal ran kann doch nicht ewig dauern hier ein paar stones zu holen aus dem busch so im winter werden wir steine fahren ja da machen die farmer ja eh nur ringel peaks mit anscheißen also die meisten er hat gerade nichts zu tun feuerholz passt schon im sommer braucht das keine arsch obwohl der schornstein dauerhaft brennt oh die haben ja alles in der hütte junge da gibt es fisch mit kartoffeln zwiebeln pilzen und salat tag und nacht ja vorzütteln ja und zwar nicht vorst seine hütte sondern vorzütteln weil wir kennen ja auch was nicht ja stone is low spannen hier mal ah hier ist so wieder neue hütte 16 und 15 oh das geht ja auch noch wie sieht es hier aus viel steine food is low ah die ernte kommt die ernte kommt mach mal keine hektik papi macht das schon gefischt wird ja auch wie bekloppt naja ich stell mal nochmal die zeit bisschen höher hier kann ja eh grad nicht viel machen ich warte ja wie alle hier auf steine we move resources ja macht euch mal rand da oh wir brauchen nicht mehr so viele bull da das ist schon mal gut der woodcutter hat wieder nichts zu tun ah nicht weil er kein holz hat weil hier genug firewood oh beef junge 200 beef eine kuh ist down aber wir haben hier noch kühe 200 beef pro kuh und 6 leder ist auf jeden fall nicht schlecht wir könnten natürlich noch so ein ding bauen ah wir brauchen mehr leute mehr leute brauchen fangt doch mal zu poppen euch geht es doch allen gut oh die die ernte ist da wir haben 1000 noch was die ernte kommt 1200 1300 wer kann mehr ah kinder wurden geboren guck einer an 14 und 15 kinder kriegen ein fall für rtl oh ja auch hier läuft es die machen die kinder wie sonst was 22 erwachsene acht kinder schule ist noch nicht in planung hier sind auf jeden fall immer noch steine sammeln und wir sind auf 1700 noch was und das beef geht auch hoch 240 leder 6 nicht ganz geschlachtet jetzt geht es hier los jetzt hacken die den holz und den wald ab ich habe ja gesagt macht das platt und die machen das ich spiele hier Gott so ein bisschen mit pflanzen herr forrester ich stelle mal noch einen mit dazu ein so die farmer können jetzt erstmal ein schillig machen warte so die müssen ja schließlich nur da arbeiten die müssen ja schließlich nur da arbeiten achso das geht nicht auf jeden fall wird da gearbeitet das ist schön die anderen felder müssen im winter oder herbst nicht bearbeitet werden wir machen mal kurz langsamer wir wollen ja steine haben wir haben ja jetzt ein paar unsinnige rumläufers steine macht ihr mal ich mache euch auch schon mal einen weg na geht nicht weil er so ein scheiß ist so ein scheiß hügel so in die Richtung wollen wir bauen oh Labora und Kinder 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 das das läuft doch das läuft doch die scheißen die Kinder aus wie sonst was hier so mag ich das doch mach mal Kinder das Essen reicht sehr schön es geht vorwärts und das gefällt mir ja wird ja auch mal Zeit vorwärts geht hier acht Labora haben wir und die schleppen wie sonst was so ne Hunter brauchen wir auch da wir hier oben ja nur Förstern können wir hier auch jagen ich hab hier zwar noch eigentlich hab ich hier noch keine Rehe gesehen siehste totaler Quatsch dafür haben wir Kühe und wir bauen noch so ein Kuh Dingens aber diesmal ein Groß ne so auch nicht so wird das was hier wird großer Kuhhandel betrieben und es wird Winter wie sieht das jetzt aus mit den Steinen ja Feuerholz ist low Iron ist low Locks geht so ah hier werden Bäume abgeholzt ich geh kaputt hier passiert was hier wachsen die Pilze und der Galefroger kriegt hier keine oder was ne scheiße den packe ich auch da hinten hin der wird abgerissen der findet da nix mehr mach das mal und der Galefroger der kommt jetzt auch hier hinten hin weil hier ist ja Wald und im Wald ist alles schön denn hier wachsen Pilze hier wird ja auch Bäume gepflanzt und so weiter das passt schon so da hin oder eigentlich könnte ich auch noch ein Hörbi da hin packen ein Hörbi ja ein Hörbalist den brauchen wir nämlich auch so ist full wir haben aber hier noch ne macht euch mal ne Platte jetzt sind wir im Essenhaus Essen ist bei 1404 das ist schon mal nicht verkehrt da wird bald jemand erwachsen da dauert es noch ein bisschen die haben Kinder gekriegt da dauert es auch noch ein bisschen sehr schön ach stimmt die haben ja jetzt dieses riesige Gebiet die Förstern ja auch da drüben aber da kommen die ja eh nicht hin ne so weit eiern die nicht ja auf jeden Fall wird gepflanzt und gecuttet das ist sehr wichtig was haben wir frühen Winter und es geht hier nichts vorwärts hier ist nichts voll daneben ist noch was entspannt euch geht da hin holt es euch äh da packt es da hin ihr habt genug Platz berries hier ist auch noch nichts passiert 3 von 43 Bäume müssen da benutzt werden ist ja der Wahnsinn wo sind denn die alle die ganzen Bauhandels er ist ein Gaper und weiß nicht was er tun soll das ist toll denn machst du mal nix wir müssen erst wieder den Ding aufbauen aber irgendwie schimmeln hier alle den ganzen Tag um es ist ein Baum fällt Baum fällt Baum fällt Baum fällt Baum fällt ja 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 spannend 1.000 essen Alter, wie die hier die Bäume wegnatzen, ne? Ist ja der Wahnsinn Ich mein, die können auch die Sachen hinpacken, oder nicht? Und dann stört da irgendwas Aber anscheinend klappt das irgendwie nicht Ah, naja, wir sind ja hier noch am Bauen Wir brauchen ja noch ein paar Sachen Ah, ein paar neue Laborer gab es jetzt auch Das ist schön Ja, wo sind meine Bauarbeiter?